So, da bin ich wieder, diesmal mit einem dritten Set, weil irgendwie hat es beim letzten Mal nicht geklappt, also dritte Staffel, hoffentlich lag frei und hoffentlich schaffen wir es diesmal auch. Ich habe es eben probiert, eine Aufnahme ist mir gerade abgeschmiert, weil mein letzter Herr PC keinen Bock mehr auf mich hatte, beziehungsweise das nette Spiel Halo hatte keine Lust mehr auf mich. Und jetzt zerstören wir eins nach dem anderen langsam. Ganz gemacht. So, und es läuft auch relativ flüssig diesmal. Flüssig ist relativ, einer weniger. Der steht bestimmt eh wieder auf. Oder? Ich freue mich nicht, ich freue mich nicht. Mausel ist wieder dabei, der steht wieder auf, er ist ein Assi. Oh, 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 erschreck mich. Tod. Tod. Okay, Waffe wechseln. Die Waffe taugt dann einfach doch mehr gegen die. So, habe ich Caps Lock angemacht? Nein. So, dann du tot. Und jetzt muss ich mich um den Banshee kümmern. Ich will, dass der stirbt. Der geht gar nicht, klar. Der ist das wohl nervigste und größte Problem hier dran. Ohne den wäre nämlich alles gut. So. Größtes Problem weg. Und von da rennen welche. Dann komme ich natürlich von der Seite hier. Hinter mir ist wer. Ach, nur die zwei. Scheiß auf die. Äh, wieder zurück zu meiner Alienware-Waffe. Oh, scheiße. Der schießt auf mich, der hat mich schon mal sehen. Hier fix nachladen. Waffe wechseln. Und den da rausschufen. Kleiner Assi, hast du... Ja, sagt Entschuldigung. Ah, alles verzieht hier. Alles leckt hier. Egal. Aber diesmal schaffen wir es. Da bin ich zuversichtlich. Wenn mich nicht wieder irgendwer mit so einer schwulen Wumme kaputtballert. So, blauer. Geh weg. So, jetzt... Kleiner Mann. So. Okay, das läuft wieder. Du weg. Geh weg. Du, Zwerg, schieß nicht auf mich. Jetzt sind nur noch ihr... Seid nur noch ihr Zweiter. So, du bist eh noch nicht tot. Ihr steht gleich eh wieder auf. Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Nein, hier steht nicht wieder auf. Gut. Sturmgewehr eingesammelt. Hier vorne ist die Batterie schwach. Dann nehme ich mir mal eben ein neues. Und die Gegner sind weg. Gut. Ganz elegant geschafft. Mal gucken. Kontrollpunkt abgeschlossen. Das finde ich auch super. Hatte einer von euch eine dicke Waffe dabei? Ich brauche irgendwas Dickes. Irgendwas Starkes. So, und jetzt läuft es auch wieder flüssig. Das war nur einmal auf dieser Ebene. Ebenen sind scheiße, weil auf Ebenen ist man mega angreifbar. Und jetzt geht es auch wieder weiter. Und diesmal stehe ich zu meinem Wort. Dann spiele ich das Spiel durch. Diesmal ist es vorbei. No excuse. Außer mein Kopf. Weil ich bin ein bisschen krank. Ich bin ein bisschen erkältet. Was war das? Was war das? Oh, da liegt was. Und da gibt es, glaube ich, auch wieder Leben. Also nix wie hin da. Nix wie hin da, nix wie hin. Oh, und da gibt es dicke Wummen. Und ne Sniper. So, jetzt ist erstmal wieder alles gut. Äh, erstmal Granaten wechseln. Ah, du, du schießt da. Du, Assi. Du schießt jetzt nicht mehr. Deine Waffe, äh, wo kamst du jetzt her? Na egal, du hast mir nicht wehgetan. Von daher ist alles okay. Ähm, darauf habe ich keine Lust. Ihr geht jetzt erstmal alle bitte sterben. Oder auch nicht so. Du bringst dir niemanden um. Bums. Bums. Bums, Bums, Bums. Du, du stirbst jetzt. Jetzt stirbst du. Bitte. Bums. Bums. Oh, genau getroffen. Das tat sich ja wie. So. Oh, ne Pistole. Du gehst mir jetzt nicht auf den Sack. Ihr geht mir auch nicht auf den Sack. So. Jetzt machen wir es hier mal like the big ones. Ich frag mich, welche Waffe ich jetzt mitnehme. Na, ich bin eitel. Ich bin ganz eitel. So. So. Jetzt einmal ganz viel Pistolenmunition. Oder ist die voll? Die ist voll. Dazu dann die Sniper. Jetzt kann es losgehen. Peng. Peng. Boah. Wie viel Schuss in den Kopf hältst du aus? Du machst mich echt fertig. War das überhaupt dein Kopf? Hä? Was ist denn hier kaputt? Gibt's hierfür noch Munition? Ähm. Dann erst dich. Was ist da los? Ich hab die doch definitiv tausendmal getroffen. Ihr habt das doch gesehen, oder? Ich brauch Munition hierfür. Hallo. Gibt's hier Munition, bitte? Oder hat einer von euch die Sniper einfach nur so halb leer fallen lassen? Hm. Hm. Was ist das für Munition? Naja, ich geh erstmal ein Stück. Vielleicht hat der irgendein Munition dafür. Und ich muss wieder nach irgendwo oben. Okay. Ja, ne dicke Wumme, oder? Ja. Pff. Nicht gesund. Nicht gesund. Wo war der andere? Die dicke Wumme wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Sniper-Munition. Achso. Ihn Sniper, ich mit einer Pistole weg. Und mit der Sniper krieg ich sonst keinen weg, der Sniper hat. Ja. Natürlich. Das seh ich natürlich auch so. Genauso. Exakt so. Aber ich werd meine Sniper dann mal eben los. Gar keine Munition mehr. Dann tausche ich die erstmal gegen irgendwas Schönes. Ach ja. Was mit der Sniper wär jetzt auch zu schön gewesen. Hiergegen. Wird schon stimmen. So. Und ich hab das Gefühl, ich brauch hier einen Banshee. Und dass ohne Banshee hier gar nichts geht. Jetzt muss ich nur erstmal schauen, wo krieg ich einen Banshee her? Oder nehm ich die Bazooka? Ich nehm die Bazooka. Ich hab da noch meine Pistole. Hm. Jetzt ist auch alles schön flüssig und ich hab Bock auf Halo 2. Wo krieg ich Halo 2 her? Sagt's mir. Komm ich hier zurück? Aber das hoffe ich doch. Und komme ich von hier? Ich meine schon, oder? Nö. Ich muss hier hin. Dann gibt's da mit Sicherheit ein Banshee oder so. Ich hab grad keine Ahnung. Bin total verwirrt. Da hinten gab's gerade Ballerei. Muss ich da rein? Bums. Bums. Bevor hier irgendwas Großes passiert. Da hinten steht ein Panzer von denen. Bums. Bums. Keine Munition mehr dafür. Und Pistolen-Action. Wow, wow, wow. Da ist grad ne Rakete in meinem Kopf vorbeigeflogen. Das find ich gar nicht gut. So. Jetzt muss ich die Bazooka wieder nehmen. Oh, 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 oh. Nachladen, nachladen, nachladen. Äh, schießen, schießen, schießen. Schießen, 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 schießen. Schießen. Gut. Bazooka nehmen. Dickes Ding wegknallen. Panzer, ey. Ja, natürlich. Krieg doch mal davor weg. Du blöder, blöder, böser, böser Panzer. Äh, hierfür hab ich eh kein... Oh, 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 zwei Panzer. Verdammt. Sag nicht, du Schwein. Das ist nicht lieb. Oh, das war ne Granate. Bums. Damit wollte ich jetzt nicht so viel Bekanntschaft machen. Da kommt... Oh, zwei Ladungen für die Bazooka wieder. Gut. Oh, du gehst mir auch auf den Sack, du kleiner. Du, kleiner halt. Na toll, nicht getroffen. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Wo kriege ich jetzt Basuka Munition her? Ich habe wieder alles verschossen. Komm schon, geh hoch. Bumms. Bums. Mal gucken, vielleicht kriege ich die auch so down. Gibt hier noch irgendwas Schönes? Ich glaube, das interessiert die so einen feuchten Dreck. Äh, na, 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 na. Strategische Kriegsflug. Wie war das nochmal? Was haben wir im Handtuch gelernt? Scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe wie immer geschlafen. Du kleiner Schiesten, voll entladenen. Okay, Planänderung. Ganz klar eine Planänderung. Ich habe eine Idee. So, du stirbst erstmal. Das war Idee Nummer 1. Äh, die bringt mir nichts. Nachla... Ah, ha, 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 ha. Dann den hier zerstören. Verdammt, weg hier. Nichts wie weg, richtig. Ich muss jetzt erstmal irgendwo Deckung suchen. Und warten, bis ich... Es wieder auffüllen. Verdammt. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin nicht sterben, ich bin nicht sterben, ich bin nicht sterben, ich bin nicht... Ja, ein goldener auch noch. Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Er ist tot. Okay, lad dich auf, 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 lad dich auf. Vorher ich getroffen werde von irgendwas. Toll. Hat ja wieder super geklappt. Du da erstmal aus dem Geschütz raus. Okay, lad dich auf, lad dich auf, Schild. Jetzt bloß nicht treffen lassen. Scheiße, wird das wieder knapp. Woh, woh. Naja, egal. Bisschen Schild haben wir immerhin wieder. Du bist unsichtbar. Jetzt zieht das Spiel hier aber an. Und ich hör schon wieder mein... Boah. Ja, das Problem ist, die schießen mich auch mit einmal down. Also mein, mein, äh, Dingens da. So, und jetzt aufpassen, dass hier keiner von irgendeiner schwulen Seite ankommt und mich anmacht. Okay, lad dich auf, 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 lad dich auf. Okay, das hat mich nicht getroffen. Lad dich weiter auf, lad dich weiter auf, lad dich weiter auf, komm schon. Und ihr sterbt doch eh allemal. Okay, da sind zwei Dicke. Mein, äh, mein, 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 mein Schild ist wieder aufgeladen. Woha. Diese Asi da. Der geht mir ja so tierisch auf die Nüsse. Na, ihr nicht mit dem aufgeladenen Schuster treffen. Boah, ihr targett hier aber überall. Einfach mal ne Granate rein. Boah, jetzt geht's hier gar nicht mehr, klar. Ich hab keine Skills, das Spiel ist nicht lieb zu mir. Boah, und überall diese grünen aufgeladenen Schüsse. Aber ich hab meinen Banshee schon mal gefunden und das ist gut. Und ich habe mir gerade überlegt, ich scheiß auf alles und hol mir den Banshee. Die zwei Dicken da machen mir zwar noch leicht Sorge. Konditionen hab ich dafür nicht. Uff. Wow, 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 wow. Das lassen wir einfach mal. Wow, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Einfach ab in den Menchie hier jetzt. Und Abflug. Hoch, 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 hoch. Wir ziehen jetzt einfach erstmal Leine und verziehen uns dann hier. Puh. Ist ja nicht mehr feierlich, was hier abgeht. Finde ich. Jetzt mal so ein bisschen Höhe hier gewinnen. So, Kontrollpunkt abgeschlossen. Gut. Okay, 160 Meter noch. Ich frage mich gerade, ob der Kontrollpunkt... Ah. Da erstmal alles vorher zerstören. Oh. Ah, ah, verdammt. 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 Lasst meinen Banshee in Ruhe.